So, soll ich noch mal ganz kurz gucken, was ist? Ja, Nightwish, Nightwish, Nightwish. Ja, so. Oh, oh. Hatte ich hier nicht mit Emily irgendwo verstecken gespielt? Oh Gott, oh Gott, hoffentlich sieht er mich nicht, hoffentlich sieht er mich nicht, hoffentlich sieht er mich nicht. Puh, okay. So, wie komme ich da jetzt hoch? Na. Ach komm. Darf ich mal bitte hier rauf? Dankeschön, jetzt geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ich möchte da hoch. Ich möchte da hoch. Oder ist das zu? Nein, es geht. Oh boy. Jetzt muss ich wirklich leise sein. Diese Aussicht ist doch herrlich. Dieser Ort macht mich traurig. Warum? Hier wurde die Kaiserin von dem elenden Mörder getötet. Daan wurde alles nur noch schlimmer. Ein dunkler Tag, sicher. Aber durch die Seuche war die Lage bereits schlecht. Beschäftige dich nicht zu sehr damit. Lass mich dich trösten. Ich muss zurück an die Arbeit. Kann ich dich vielleicht später sehen? Keine gute Idee heute Abend. Was für ein Schuft. Okay, der Typ hat jetzt aber auch ab. PTF, was ist denn hier? Da ist nur... Warum ist die Musik auf einmal so komisch? Nein. Nein, nicht. Verdammt. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Verdammt. Verdammt. Okay. Du wolltest, dass ich Feuer. Oh, oh. Oh, oh. Ja, das kann ich mich nichts anhaben, kann das sein? Oh. 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 Verdammt. Ich wollte das doch eigentlich so sneaky machen. Jetzt habe ich es voll verkackt. Oh Gott. Oh Gott. Au. Alter. Ich... Alter Schwede. Wie soll ich gegen den ankommen? Wie soll ich gegen das Teil ankommen? Das geht doch nicht. Wie? Ich meine, also bei Dessana 2 gibt es die Teile ja auch, aber da kann man wegen siebener Fähigkeit sie irgendwie an die ran hangeln. Und dann geht das. Was? Das ist ja... Moment. Das ist ja ewig her. Verdammt. Verdammt. Aber wir haben keine andere Möglichkeit. Oh. Okay. Jetzt rück weiter. Verdammt. Ach, wieso? Oh, der Speicherpunkt ist jetzt echt kacke. Okay. Okay. Nächster Versuch. Diesmal kriegen wir das besser hin. So, dann mal wieder runter. So, dann merken die gleich, dass hier eine Wache fehlt. Diesmal warte ich das aber ab. Und versteckt mich hier? Na, kommt schon, kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Los, merkt es. Ja, und weiter. Und zack. Adios, Muchacho. Okay, ich packe mir mal nach unten zu deinem Kollegen. Kann ich schon ein Nickerchen machen? So. Er hat Eis. Das ist Musik. Ich sow mie. bei mir ist es. Bei mir ist es. あ振 chorus. Cool. Nice. Okay. Verdammten Viecher. Oh. So, als er setzt mich hier, dann hat er mich auch nicht gesehen. Gut. Na, komm schon. Puh. Diese Aussicht ist doch herrlich. Dieser Ort macht mich traurig. Warum? Hier wurde die Kaiserin von dem elenden Mörder getötet. Von da an wurde alles nur noch schlimmer. Ein dunkler Tag sicher, aber durch die Seuche war die Lage bereits schlecht. Beschäftige dich nicht zu sehr damit. Lass mich dich trösten. So, und jetzt speichere ich das hier mal ganz kurz ab. So, ja. Speichern wir und zurück. Und weiter. Ich muss zurück an die Arbeit. Kann ich dich vielleicht später sehen? Keine gute Idee heute Abend. Damit hätten wir einbeseitigt. Jetzt stellt sich mir noch die Frage, wie wir müssen irgendwie an diesen Turm da hochkommen. Ich werde mal noch mal ganz kurz speichern. Ja. So. Jetzt müssen wir irgendwie an diesen Alarm da rankommen. Ich muss noch ganz kurz die Night Vision anmachen. Wegen der Schrift kann ich gar nicht sehen, wo er hinguckt. Oh Gott, ich hoffe jetzt die nützt es nicht. Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Oh. Oh. Oh Gott. Ich habe keine Dings mehr. Fuck. Ja. Okay, das war's. Shit. Verdammt. Oh, das ist schwierig. Okay, ich brauche eine andere Strategie. Ich muss gucken, wie ich da anders hinkomme. Also, so, ja. Das war eine dumme Strategie. Ich muss da irgendwie anders hinkommen. Komme ich da irgendwie hin, wenn ich? Das wäre Selbstmord. Ich muss den Moment abpassen und dann einfach irgendwie da hochkommen. Aber wie? Und zwar so, dass er mich nicht sieht. Jetzt bleibt er ja dann auch dort und dann geht er nochmal weiter nach links, genau. Ich muss irgendwie da hinkommen, ohne dass er mich sieht. Alter, das ist aber auch heavy, ey. Puh. Ich will einen Wasser graben, sagt er. Erwartet er eine ganze Armee? Okay, wo war der Typ da? Sah für mich jetzt nicht so aus, als... Oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Ist okay. Ist okay. Wie denn? Mit dem Ventil öffnen Sie das Überlauftor des Wassergrabens. Von dort kommen Sie zum Haupteingang des Towers. Aber achten Sie auf die Hitzenfische. Die beißen einem die Finger ab. Schön zu hören. Ja, okay, aber das klingt doch schon mal gut. Kabelwerkzeug. Yeah. Und der Leuchtturm. Die Insel Kingsparrow befindet sich inmitten des Wrenhaven und war bis zum letzten Jahrhundert nur für Fische und gelegentlich religiöse Zeremonien von Bedeutung. Während des Mali-Aufstandes wurden eine Festung und ein Anleger errichtet, um die Stadt vor Angriffen vermehrt zu schützen. Während der Krise durch die Seuche, kurz nach dem tragischen Tod von Kaiserin Jessamine Caldwin, orderte Donwalls Lord Regan Tyron Burroughs den Bau eines modernen Militärpostens und eines Leuchtturms auf der Insel an. Burroughs erst vor kurzem fertiggestellter Leuchtturm wird weiterhin als eines der Wunder neuzeitlicher Technik angesehen. Voll von Zirkonos Erfindungen und angetrieben mit feinstem Wahlöl. Ja, das Wahlöl ist das Gold in diesem Zeitalter. Ich gehe mir stark davon aus, dass wir dieses Wahlöl auch gleich gebrochen werden, um das für die zu öffnen, oder? Okay, spiel speichern, spiel speichern, ja. Gut. Wir machen das alle schön sneaky peeky. Wir machen das alle schön. Alter, verpisst euch. Oh, okay, ich muss ganz schnell raus. Ich muss ganz schnell raus.